Ich freue mich jetzt mega auf den Film, und du? Ich freue mich auch total auf den Film, aber ich hoffe, das dauert hier nicht mehr so lange. Sorry, aber ich muss nochmal kurz weg. Ist das dein Ernst, dass du jetzt abhaust? Alles wieder okay. Ich habe das gelernt. Ich freue mich.